ja hallo meine lieben es ist heute mal wieder zeit für eine folge fünf dinge und heute präsentiere ich euch fünf dinge an denen man in der zombie apokalypse sterben kann außer zombies nummer eins krankheit jeder kennt das man hat eine grippe oder fieber oder einfach irgendwie eine allergie oder sowas und man geht zum arzt bekommt sein medikament aufgeschrieben und nach 14 tagen geht es einem wieder besser in der zombie apokalypse sieht das ein bisschen anders aus denn dort gibt es weder ärzte na vielleicht haben welche überlebt aber die werden keine praxis mehr haben und auch sehr wenig medikamente denn irgendwann werden die zumindest ablaufen die apotheken sind ausgeplündert und ihr habt dann einfach ein kleines problem gerade wenn ihr allergiker seid dann müsst ihr von anfang an weiter versorgt sein mit medikamenten und da wird es für euch echt verdammt schwierig das bedeutet ganz einfach dass krankheiten die heute auch relativ einfach behandelt werden können ebenfalls wieder tödlich enden können wie früher als es noch keine behandlungsmethoden gab nummer zwei verhungern tja heute geht ihr zum kühlschrank holt euer lieblings essen raus bereitet es euch zu oder nimmt es kalt zu euch und wenn ihr mal zu hause nichts mehr habt dann geht ihr einfach zum nächsten supermarkt und kauft ein in der zombie apokalypse sieht das anders aus die lebensmittel werden irgendwann aufgebraucht sein und ihr müsst entweder selber produzieren und wenn ihr das nicht könnt egal aus welchem grund auch immer entweder ihr habt halt nicht die möglichkeit weil ihr ständig auf der flucht seid oder ihr könnt es einfach nicht weil ihr keine ahnung habt wie ihr gemüse anpflanzen sollt dann habt ihr ein problem denn von luft und liebe werdet ihr nicht leben können und liebe wird sowieso in der zombie apokalypse relativ wenig geben zumindest nicht von zombies das heißt ihr werdet wenn ihr keine riesen vorräte für die nächsten 400 jahre angesammelt hat was wohl ziemlich unmöglich sein dürfte werdet ihr über kurz oder lang nichts mehr zu essen haben und dementsprechend verhungern schließlich ist essen nicht ewig haltbar nummer drei vergiftung nun es muss nicht immer ein indianer feil sein der einen um die ecke bringt man kann sich ja auch an lebensmitteln vergiften zum beispiel wenn diese abgelaufen sind oder halt nicht richtig zubereitet werden auch wenn ihr euch im wald vielleicht irgendwelche sachen zusammensucht die ihr für essbar haltet könnt ihr immer noch einen ziemlichen fehlgriff landen der pilz sieht aber gut aus den werde ich jetzt mal essen so kann es dann gehen wenn man eben nicht genau bescheid weiß was man in der natur essen kann und was nicht dann steht man ganz schnell vor einem problem und wird nichts mehr haben was man essen kann oder sich eben an den falschen sachen vergiften andersrum kann man natürlich auch eine blutvergiftung erleiden wenn man sich an einem rostigen zaun irgendwo ratscht oder wenn ein wildes tier beißt tollwut ist ja auch immer wieder ein thema und da wird einem keiner wie wir beim zweiten punkt ja schon gesehen haben eben schnell eine tetanus impfung verpassen sondern man wird einfach dran krepieren nummer vier erfrieren tja heute was macht ihr im winter ihr dreht mal eben die heizung ein bisschen höher und schon ist euch wieder mollig warm oder die nächste decke kommt einfach mit drumherum und schon frierte nicht mehr aber was macht ihr in der zombie apokalypse es gibt keine zentralheizung mehr keine fußbodenheizung ihr könnt euch kein warmes bad einlassen ihr seid vielleicht draußen unterwegs oder wenn ihr auch unterschlupf habt wieder schlecht beheizbar sein das heißt im winter wenn es wirklich kalt ist dann könnt ihr auch schon mal erfrieren sei es im schlaf oder auch tagsüber wenn ihr einfach erschöpft irgendwo zusammenbricht kälte ist nicht schön nummer fünf langeweile ihr werdet euch fragen wie im moment langeweile in der zombie apokalypse wie kann mir denn da langweilig sein ich bin doch ständig auf der flucht und geht zombies abmurksen tja liebe freunde leider wird es nicht so laufen denn ihr werdet euch irgendwo verbarrikadieren am anfang irgendwo in der wohnung in dem keller in dem luftschutzbunker so und dann sitzt ihr da möglicherweise sogar alleine und was macht ihr dann den ganzen tag ihr hört draußen nur das kratzen und heulen und stöhnen der zombies und werdet so langsam verrückt werden ihr müsst euch irgendwie beschäftigen und das könnt ihr den ganzen tag über nicht machen wenn ihr nichts habt ja nicht jeder hat irgendwie eine bibliothek zu hause rumliegen oder spiele vor allen dingen wenn man alleine ist ist man da auch ganz schnell am ende seines lateins und dann werdet ihr einfach nur bekloppt und wer bekloppt wird neigt dazu sich selbst umzubringen weil man den sinn des lebens einfach nicht mehr erkennen kann draußen die zombies tun ihr übrigens dazu und schon stürzt man sich lieber selbst aus dem fenster in die wartenden zombie massen rein die einen direkt verspeisen als noch mehr als einen tag allein zu bleiben ja ich hoffe die liste hat euch wieder gefallen wie beim letzten mal und ihr klickt sie auch ganz häufig an wenn ihr sie gut fandet gerne einen daumen nach oben wenn ihr sie nicht so gut fandet gebt uns ruhig auch einen daumen nach unten schreibt aber gerne auch einen kommentar dazu was euch jetzt nicht gefallen hat gebt mir auch einen kleinen kommentar dazu ab was ihr als nächstes sehen möchtest welche top 5 ich euch als nächstes präsentieren soll und ansonsten wenn ihr immer wieder informiert bleiben wollt was jetzt als nächstes passiert einfach den abo button klicken und euch auch gerne das letzte video anschauen oder was aus dem gaming channel wir sehen uns